Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal seid ihr die Hauptakteure in diesem Video. Und zwar habe ich mir mal so einen kleinen Spaß daraus gemacht und eure Kommentare in Real-Life-Situationen umgesetzt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Titten! Bin 11 und bin 1,63! Bin größer als du, darf ich jetzt klein sagen? Bin ein Zwilling. Ja! Wieso macht ihr eigentlich nicht mal um? Diktier! Sonny? Bist du's? Besser? Yeah! 88,88 Kilo Schminke drauf. Als ich klein war, habe ich irgendwann gesagt, ich habe von nichts Angst, aber ich hatte trotzdem Angst vor allem. Mehr Kuh und A! Nachtsitzen. Empfehlungswert. Sonny Lucy! Ich hasse dich, warum hast du Marcel verarscht, du Mistköter? Du wolltest nur die Abonnenten und sein Geld haben. Wir hassen dich alle. Ey, du hast die gleichen Wurzeln wie Marcel und ich. Merkel? Gut. Gut. Schwebeladung? Gut. Gut. Activision? Gut. Gut. Arsch? Gut. 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 Ess und flieg. What the fuck? Was? Den Schrank kann man aufmachen? Oh mein Gott! Du siehst 0% aus wie eine Russin. Und ich komme aus Russland. Papier vom Wasser ist mit Essen. So eine bist du also. Ich finde, das ist kaum ein Unterschied So Leute, das war es dann auch schon mit dem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat so viel Spaß gemacht beim Drehen Und ohne euch hätte ich natürlich dieses Video gar nicht zustande bringen können Denn ihr seid ja hier die Hauptakteure Dann würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Das würde mir wirklich viel bedeuten, weil es echt relativ viel Arbeit war Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss!